willkommen wir sind wieder in super fantasy kingdom wir werden jetzt mal gucken dass wir den jäger sehr schnell bekommen also hier ist gold da ist stein dann machen wir hier die goldmine und da rein würde ich sagen holz machen wir die taverne holzfäller upgraden da rein lassen wir erstmal laufen dass wir ein paar häuser bauen können mal gucken vielleicht schaffen wir hier noch hier ist ein weg und hier ist auch einer 75 vielleicht schaffen wir das diesmal holz sammeln damit wir noch ein rausbekommen gleich den steinbruch ich muss mir sammeln lassen solange sie heute noch arbeiten holz haben wir voll wenn die bei holz raus drei stein rein gucken was war jetzt angeboten bekommen ich nehme den priester sammeln jetzt schön schüttmine wetter die sägemühle hier hin und zuerst mal bretter machen sechs steine hätten wir schon auch mal nur noch zwei bretter einbruch machen wir nachher natürlich wieder ist ja sehr wichtig goldmine schüttmine ich schmelze 192 ok voll eine raus vier zwei rein werden wir das hier ab und holen uns erst noch ein haus das ist der jäger drei bretter haben wir noch beine wir können die morgen erstmal beine sammeln beine sammeln beine sammeln beine sammeln ab 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 und beine sammeln ab ab so 5 Bretter haben wir ja noch momentan, aber 3 brauchen wir, wenn wir den Jäger hier oben hin, hilft mir nichts. Der Tach ist schon wieder frei. Müssten wir jetzt da hinkriegen, damit wir Nahrung bekommen. Noch noch einer, zwei Steine noch, ein Stein noch, da ist der Stein. Brauchen wir jetzt natürlich erstmal Holz. Ein Bruch. Jetzt haben wir erstmal genug Steine. Das ist immer gut. Ich brauche keine Nahrung, damit er regeln kann. Ja, zwei ist zu teuer. Deshalb hätten wir dann nur einen. Also Einnahrung haben wir schon. 14 Holz, 15 Holz. Komm, ein Holz noch. So. Nächstes benötigen wir die Melze da. Stein und Gold. Können wir erstmal da reingehen. Und wir können uns hier. Wir können uns den jetzt hier. Ah, die liegt zwar nach und rum, aber trägt keiner. Dann holen wir uns. Ja, wir holen uns den Weizen. Die Stelle brauchen wir 5 Holz für. Da hat natürlich keiner die zweite Nahrung getragen. Oh, ja gut. Er ist gestorben und reicht die eine Nahrung auch. Hoffentlich geht er auch als erstes rein. Ja. Sobald kriegt der Priester nichts, der Magier nichts zu essen. Hier liegt Holz. Uh, was war das denn? Wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Beine fehlen. Das können wir jetzt bauen. Ah, Weizen haben wir wohl bekommen. So, dann können wir uns den hier holen, auch wenn wir den nicht abreden können. Bei Nahrung, passt ja. So. Also Nahrung haben wir genug. Jetzt gucken. Das ist der Jäger. Feld. Bauern brauchen wir 10 Steine. Feldzitter auch. Ah cool, die greifen gar nicht an, was wird denn das hier? Der Magier ist tot. Der Umsteiner gut. Magier ist aber schnell gestorben. Ah, die sterben jetzt alle, was soll das denn? Das schafft er bestimmt nicht. Hat er geschafft, gerade so. Und der will keiner und wir kriegen auch keinen Ruhm. Super. Also maximal kann man in der Demo wohl das hier erreichen. Kommen wir jetzt aber nicht mehr hin. Ah. Und der zweite Boss, der kam, der kam wohl am Tag 14. Danach endet die Demo. Und da guck mal, können wir jetzt nicht hinkriegen, weil die alle gestorben sind. Soll brauchen. Plus Steiner. Ja. Ah ja. Und fünf Blätter. Oh. Können wir was machen? So. Genug Steiner. Der Goblin King ist tot. Ja, super. Der Priester würde Feuchtigkeit verursachen und ein nasses Ziel mit Blitz wäre dann super. Ja. Ich kriege da nichts, weil wir beides brauchen. Drei Blätter, vier Blätter, fünf Blätter. Oh. Oh. Fünf Blätter. Nur Steine. Hier brauchen wir Goldbarren. Pferde. Ja. Das war auch. Wir brauchen aber keine Bretter. Brauchen wir aber keine Bretter. Brauchen wir Gold. Als Erstes müssen wir uns die Goldmine kaufen. So, diesmal leveln wir auch alle. Hier können wir uns natürlich jetzt leider keine Erweiterung holen, aber immerhin können wir Gold sammeln, ist da schon mal nicht schlecht. So, hier ist wieder Weizen, Kosten der Achtung, ok. Wir nehmen den hier auch, weiden den hier mal ab, haben 5 Gold zu fahren. So, jetzt brauchen wir unserem Gold keine Sorgen mehr machen. Wir brauchen halt nur wieder Stein, sonst eigentlich nicht. So, noch Stein und Gold. Cool, der Boss hat uns gekühlt. Ok, also beim Ausbau waren wir super, aber da das eine Mal die gestorben sind, hat das gar nichts gebracht. Also wir können es uns hier auch noch schwerer machen dann später. Wir machen jetzt erstmal, dass wir mehr Gold bekommen. Und das probieren wir dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Steigen nicht vergessen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.